Und damit herzlich willkommen zurück zu Prototype 2. Nach einer doch nicht so langen Pause, oder was gesagt, zum Glück doch nicht so langen Pause wie erwartet, melde ich mich endlich wieder zu Prototype 2. Diese Aufnahme hier ist jetzt einfach mal nur ein Test. Und zwar, normalerweise mache ich es ja so, dass ich eben mit Fraps das Video aufnehme und mit Order City den Ton, also meine Stimme. Jetzt probiere ich es einfach mal, mit Fraps beides aufzunehmen direkt. Das mache ich auch jetzt mal nur eine Folge lang. Und ja, ohne groß zu quatschen, würde ich sagen, legen wir dann direkt los. Äh, Kartenbildschirm. Mit was machen wir denn mal weiter hier? Er ist wesentlich näher. Machen wir da weiter. Das müsste ja... Rocks sein, wenn ich mich recht entsinne. Und direkt wunderschön in die Mission rein. Laborratte! Viper 1-2, komm in! Viper 1-2! Hm, besser geht auf meine Viper 1-2-Suit. Viper 1-2, das ist Checkmate. Wie kopiert? Checkmate. Du bist um einen Gentech-Ressacher namens Bellamy zu der Green Zone. Coordination, Transmitting. Bellamy ist ein Gentech-VIP. Er kommt ihn aus Heller's Reach ist paramount. Copy that. Und wenn du sogar denkst, dass du mit Heller kontakt hast, bist du aufhörig. Bist du den Schein aufhörig! He, wenn der wüsste. Geben Sie sich zum Konvoi-Sammelbereich. Äh, dann. Oh Gott, äh, ich meine, Viper. Es ist Dr. Ted Bellamy. Ich sollte hier aus dem Evac kommen. Wo ist mein Evac-Team? Äh, über. Danke. Dr. Bellamy, das ist Viper. Wir haben einen Helikopter auf der Route, um dich zu holen. Sie sollte in drei bis fünf Mikes kommen. Das bedeutet in Minuten, über. Nicht, wenn ich mir helfen kann. Na, jetzt rennen. Nicht da lang, da lang. So. Erstmal wieder an die etwas andere Steuerung gewöhnen hier. Viper, das ist Viper. Was ist dein ETA in Delta Bravos location? Wir werden Ante über hier. Zwei Mikes oder less, Viper. Over. Ja, ja, wir sind ja gleich schon da. Viper, das ist Viper 1-2. Ich bin bereit für Egghead-Taxi-Service. Over. Jetzt ist hier ein schwarzes Lochangriff bei dem Helikopter ein. Ach, ne, das war er hier. Ja. Da ist er. Was ist das? lih, das ist Viper 1-2. Findet sich unterwegs. Mach hermann. O, jetzt versteckt. Meine Fresse. Jetzt komme ich da nicht dran, ey. Ich muss erst wieder in die vollkommen andere Steuerung hier gewöhnen, ey. Ich komme gerade mal voll nicht auf die Steuerung, klar. Ich verstehe auch nicht, wieso ich gerade nicht an den dran komme. Ich weiß auch gerade nicht... Ich muss erst mal alles nachgucken hier, ey. Okay. So, Steuerung. Meine Güte. Vormann in heller Form macht, wacht. Devastator war V. Schwarzes Loch war eine Devastator-Attacke. Okay, ich werde keine Devastator-Attacke machen. Sumieren wir den mal. E...V. Muss ich V gedrückt halten? Ah, ich habe gerade überhaupt keinen Plan. Wieso komme ich an diesen Kakeli dran? Mensch. Zurück... Bonus, jetzt installier die Ein-Schwarz-Loch-Angriffe ein. Ja, toll. Ich habe leider gerade überhaupt keinen Plan, wie ich das mache. Pufen wir einfach mal das Machtrad auf. Das bringt mir gerade auch nicht wirklich viel. Um... Ich komme mir gerade mal echt überhaupt nicht klar, ey. Du sollst diesen Kakeli angreifen, Alter. Auf den habe ich schließlich gezielt. Ich stelle einen Checkpoint wieder her, Alter. So, wenn ich jetzt wüsste, was hier so ein scheiß schwarzes Lochangriff gehen soll. Wäre mir wirklich schon sehr geholfen. So. Wieso greift der den nicht an? Da, hier, da sollst du hinspringen und den angreifen. Ich drücke hier V, was ja angeblich die Devastator-Attacke auslösen soll, aber... V... V... Passiert irgendwie nix. Greif... Greif das Ding doch an, Alter. Greif das Ding doch an, Alter. Ähm... Er greift ihn schon wieder nicht an. Ja, wie geht denn so ne kakkschwarzes Loch-Attacke? Ach so. Muss einem ja auch erstmal gesagt werden. Muss einem ja auch erstmal gesagt werden. Die Cowboys ist geliebend, als wir reden. Ich kann nicht glauben, ich habe zu associieren mit so einen Brut. Ich glaube, du spielst du, oder? Bleib dein PIE-Holes shut, Doc! Oder ich versuche, ich werde dich ab und drücken, hinter uns. Was ist jetzt passiert? Ich kann mich sehen. Lass dich doch an, Doc. Don't these tanks have weapons? Fire back! Fire at will! Catmau, Tango's destroying the convoy. Set reinforcements. You idiots are getting us killed. Get out of here. Stay in your fucking seat, Bellamy. That's an order. Get out of here! I was just following orders. This is Berk's project. It's what you want. Then I'll consider you an appetizer. Hello? Come here. Hello? Come here. Tell me I won't pass over. A bunch of targets packed that tight. You want to use us as bait? Relax, Doc. This will all be over before you know. Mission abgeschlossen. Mission abgeschlossen. So, jetzt bin ich auch wieder ein bisschen im Spiel drin, hoffe ich. Father, just took down another Gentech VIP. Find me some information on a doctor named Berk. I think he's in charge of some other Gentech project. Right away, James. Oha, was, hab ich nur noch wenig Leben. Jetzt muss ich mir hier erstmal ein paar Soldaten schnappen. Feldagent in der Nähe. Ah, riskieren wir es. Jaaa. Ach, Einsatzteam. So, das gibt da erstmal wieder schön ein bisschen Leben. Und jetzt mache ich einen Abflug. So. Einsatzteam entkommen. Begeben wir uns doch mal in Richtung der nächsten Mission. Jaaa, immer locker bleiben. Oh, Blackbox in der Nähe. Nein, du sollst jetzt schon weiter hochrennen. Das heißt, die wird vermutlich auf der anderen Seite vom Gebäude sein. Hm, ich war's nicht. Nein, da geht's weiter weg. Okay, das heißt, die wird da hinten irgendwo sein. 50, auch nicht. Ich hör's doch. Ich hör's doch. Hä? Okay. Achtung. Achtung. 1,2, fünfmal im Kastel. Kastel. Sir, ich habe ein paar Kinder. Ich kam in, ohne die Mutter. Du wirst die Bewertung. Der Kind versch Accord. Keine Exceptionen. Ich meine es, Littleton. Ja, Sir. Hm. Okay, die Zeit für diese Folge wäre dann auch schon wieder um und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich bin mal gespannt, wie diese Aufnahme hier so sein wird dann. Und ja, bis dahin.